Das war verdammt schnell. Wenn man da im richtigen Moment rutscht, bringt das so viel Zeit. Das ist der Wahnsinn. Dieben43, Alter. Ich weiß nicht, was schneller ist. Es fühlt sich halt so extrem langsam an unten, aber es sind halt zwei Sekunden, die man holen kann. Hier oben ist klar, dass es schneller ist. Nice. 25 05, Alter. Genau. Ah, ah, ah! Ich habe hier eine Sekunde gekostet gerade, der Scheiß. Ich war jetzt ein bisschen langsamer als sonst, aber halb sache endlich mal durch und die Zeit ist super. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Wenigstens die drei Sekunden. Part 3, let's go! Ich renne hier jetzt nicht mehr, ich darf nicht mehr rennen. Ansonsten versau ich mir vielleicht den Cycle. Darf man jetzt nicht, hier sind keine Zeitkisten. Doch. Das war's, ich habe noch zwei Masten, ich komme safe durch. Und das muss einfach Platin sein, also wenn das kein Platin ist, dann weiß ich auch nicht. Ach, endlich war's geschafft, Mensch, endlich! Meine Güte. Das war's. Das war's.